ARD Meine Tochter Amita hat mir das Leben gerettet, weil wenn das nicht gewesen wäre, dann weiß ich nicht, wie das ausgegangen wäre. Das ist die Stimme von Jörg Weber. Heute geht es hier um seine Geschichte. Und wenn wir mit so einer Aussage in die Folge einsteigen, dann ist eigentlich gleich klar, es wird auf jeden Fall hochdramatisch. Volker, was war da genau los bei Jörg Weber? Also Jörg Weber schildert hier den Abend, an dem im Prinzip alles losging und zwar mit einem regelrechten Paukenschlag, kann man sagen. Er fühlt sich schon den ganzen Tag schlapp, ist irgendwie in einer blöden Lage, denn seine zwei Zwillingstöchter sind beide krank und sind mit ihm alleine zu Hause. Seine Frau, die arbeitet auf der Nachtschicht und die beiden Töchter sind halt zwei Jahre und liegen mit einem Magen-Darm-Infekt flach im Bett. Im Laufe der Nacht geht es dann bei der Tochter Meta plötzlich los, Brechdurchfall der heftigsten Art und Jörg Weber kommt da alleine einfach nicht mehr mit klar, weil er eben auch sowieso schon so schlapp ist. Deswegen ruft er schließlich bei seiner Frau an und dass sie möglichst schnell zu ihm nach Hause kommt. Er braucht einfach Hilfe und zwar noch viel dringender, als er in dem Moment überhaupt glaubt. Und damit hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei einer neuen Folge von Abenteuer Diagnose, dem einzigen Medizinkrimi-Podcast in der ARD Audiothek. Bei uns hört ihr unglaubliche Diagnose-Geschichten von Menschen, deren rätselhafte Symptome die Ärzte und Ärztinnen vor ein fast unlösbares Rätsel gestellt haben. Ich bin Anke Christians, ich arbeite als Medizinredakteurin beim Norddeutschen Rundfunk und bei mir im Studio ist heute wieder Volker Arendt. Er hat diese Geschichte recherchiert und mit Jörg Weber und seinen Ärzten und Ärztinnen gesprochen. Hallo Volker. Hallo Anke. Lass uns den Faden doch direkt wieder aufnehmen. Was war da jetzt los mit Jörg Weber? Warum hat der Brechdurchfall seiner Tochter ihm das Leben gerettet? Also ohne diesen Brechdurchfall wäre seine Frau Julia vielleicht gar nicht mehr rechtzeitig zu Hause angekommen, um für ihn Hilfe zu holen. Vielleicht erzählt er uns das am besten mal selbst, denn ihm wird eigentlich erst klar, dass mit ihm was nicht stimmt, als seine Frau direkt vor ihm steht. Dann merkte ich dann, dass das dann auf einmal schlagartig schlechter wurde mit Luft holen und allem drum und dran. Und ja, Schmerzen, ungutes Gefühl in der Brust. Alles klar, da können wir jetzt glaube ich alle eins und eins ganz einfach zusammenzählen. Luftnot und Druck auf der Brust, wahrscheinlich auf der linken Seite, Herzinfarkt. Mhm, ganz genau. Verdacht auf einen Herzinfarkt. Julia Weber arbeitet im OP in einem Krankenhaus als OP-Schwester und kann die Symptome deshalb auch ziemlich gut einordnen. Sie ruft sofort den Rettungswagen, aber als die Notfallsanitäter dann vor Ort sind und ihren Mann sehen, sind die gar nicht so ganz sicher, ob sie wirklich einen Infarkt vor sich haben, trotz der typischen Symptome. Julia Weber kann sich da noch ganz genau dran erinnern. Vom Rettungssanitäter wurde dann gesagt, ja, übermüdeter Familienvater von Zwillingen, der eine verschleppte Grippe hat. Er soll sich Mann nicht so anstellen eigentlich. Er würde schon dann bestimmt morgen wieder nach Hause kommen. Normalerweise und sicherlich auch in diesem Fall schreibt so ein Notfallteam bei Verdacht auf Herzinfarkt ja schon vor Ort ein EKG. Was hat das denn bei Jörg Weber gezeigt? Weder das EKG noch die körperliche Untersuchung, also das ist in seinem Fall das Abhören von Herz und Lunge, waren eindeutig. Und deswegen haben die Sanitäter ihn tatsächlich mitgenommen ins Krankenhaus und zwar wird er in genau das Krankenhaus gebracht, wo Julia Weber arbeitet, von dem sie gerade erst nach Hause gekommen ist. Und das ist das Krankenhaus in Stade. Also, Kleinstadt in Niedersachsen. Volker, bevor wir dort weitermachen, kannst du uns ganz kurz noch ein bisschen was über die Webers erzählen. Was ist mit Jörg Weber? Ist er auch berufstätig oder kümmert er sich ausschließlich um die Zwillinge? Jörg Weber ist auch berufstätig und zwar arbeitet der damals als Monteur für Gabelstapler im Außendienst und ist in ganz Norddeutschland unterwegs. Vom Typ her ist er ein Techniker durch und durch, also der verbringt auch in der Freizeit jede Minute mit technischen Geräten. Der hat zum Beispiel einen Schuppen neben seinem Haus mit einer Treckersammlung, die er zerlegt und liebevoll restauriert und so weiter. Sympathisch. Ja, und ansonsten ist er sehr tiefenentspannt, das werden wir glaube ich auch noch mitkriegen. Ein tiefenentspannter, pragmatischer Typ, der sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Eine Eigenschaft, die praktisch ist, wenn man Vater von Zwillingen ist, denke ich. Volker, lass uns schnell zurückspringen ins Krankenhaus. Dort ist Jörg Weber ja sicher noch gründlicher auf einen Herzinfarkt hin untersucht worden. Mit welchem Ergebnis? Der Notarzt nimmt gleich Blut ab und lässt es auf Infarktzeichen kontrollieren. Er macht ein EKG und auch noch eine Ultraschalluntersuchung des Herzens. Und die Blutwerte und auch das EKG sind diesmal eindeutig. Also jetzt spricht tatsächlich alles klar für einen Herzinfarkt. Was mich jetzt auch irgendwie nicht so überrascht. Er hatte ja nun auch ziemlich klassische Symptome. Und im Ultraschallbild zeigt sich auch noch etwas, was dazu passt und zwar eine bedrohliche Herzschwäche. Also Jörg Webers Herz, das pumpt offenbar nur noch ganz schwach. Die Ärzte messen das mit der sogenannten Ejektionsfraktion und die lag bei ihm nur noch bei 24 Prozent. Auch das ist ganz klar ein Indiz für einen heftigen Herzinfarkt, normalerweise. Herr Ejektionsfraktion, das müssen wir glaube ich kurz erklären, das kann man ganz grob übersetzen mit Auswurfleistung des Herzens. In der linken Herzkammer sind so im entspannten Zustand etwa 140 Milliliter Blut, also gar nicht so viel, ganz kleines Glas. Und jetzt wird gemessen, wie viel Prozent dieses Bluts das Herz mit einem Herzschlag aus der Kammer pumpt. Der Normalwert liegt übrigens nicht bei 100 Prozent, wie man ja denken könnte, sondern so zwischen 60 und 70 Prozent. Und alles über 50 gilt als normal, alles unter 30 als hochgradig eingeschränkt. Wenn das Herz nur noch so wenig Blut auswirft, dann kann der Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Jörg Weber schwebt also tatsächlich in Lebensgefahr. Ganz genau. Und dass das so ist, das hätte ihn damals natürlich völlig kalt erwischt. Ich bin eingeliefert worden mit einer Herzleistung von 24 Prozent. Ab 20 Prozent steht man automatisch auf der Spenderliste für ein neues Organ. Bei einem schweren Herzinfarkt verschließt ja meist ein Blutpfropf eine Ader, die das Herz selbst mit Blut und Sauerstoff versorgt. Diese Engstelle muss natürlich so schnell es geht beseitigt werden, damit nicht noch mehr Herzgewebe zugrunde geht. Wie haben die Ärzte im Stader Krankenhaus das gemacht? Per Katheter? Genau. Jörg Weber kommt von der Notaufnahme direkt in den Herzkatheterraum, der Kardiologie dort. Und da behandelt ihn der Chef von der Kardiologie, das ist Dr. Sebastian Philipp. Der schiebt über die Leiste einen Katheter durch die Ader, bis er an dem Herzkranzgefäß landet. Das sind die Blutgefäße, die das Herz mit Energie versorgen, salopp gesagt. Und genau hier sucht er eben nach diesem verhängnisvollen Blutpfropf, um den mit einem Stent zu versorgen. Stent, das ist so ein feines Drahtgitterröhrchen, was über den Katheter in die Ader geschoben wird und an der Stelle des Engpasses dann aufgeweitet wird. Und dadurch wird das Gefäß dann halt wieder frei. Das Blut kann ungehindert fließen und den Herzmuskel wieder versorgen. Das ist die Idee dazu. Allerdings gibt es da ein Problem. Sebastian Philipp. Bei ihm war aber kein Gefäß verschlossen. Insofern standen wir vor der Situation, wir hatten einen Patienten mit dem klinischen Bild eines Herzinfarktes, der aber keinen echten klassischen Herzinfarkt hatte. Oha, das ist jetzt eine Überraschung. Klassische Herzinfarktzeichen, dazu auch noch diese hochgradige Herzschwäche. Was kann denn jetzt dahinter stecken, wenn es kein klassischer Infarkt ist? Also das ist wohl tatsächlich ein ziemlich weites Feld. Wie Sebastian Philipp mir im Interview damals erzählt hat, gibt es da wirklich eine ganze Reihe von Auslösern und auch einige extrem seltene. Es gibt verschiedene Erkrankungen, die so etwas verursachen können. Also eine der wichtigsten Differenzialdiagnosen ist die Takotsubo-Kademyopathie. Das ist der stressbedingte Herzinfarkt. Es gibt Myokarditis, also die Herzmuskelentzündung als Ursache. Es gibt die Ursache einer hypertensiven Erkrankung des Herzens, die auch gerade in der Krise so etwas verursachen kann. Takotsubo, das finde ich persönlich immer total spannend. Viele kennen das unter dem Namen Broken Heart Syndrom. Dabei kommt es zu genau den gleichen Symptomen wie bei einem klassischen Herzinfarkt, nur eben ohne Gefäßverschluss. Wahrscheinlich wird das Ganze ausgelöst durch eine massive Ausschüttung von Stresshormonen. Oft passiert das nach sehr emotionalen Erlebnissen, zum Beispiel wenn der Partner oder die Partnerin stirbt. Aber zurück zu Jörg Weber. Wie kann der Kardiologe denn jetzt feststellen, welche dieser vielen genannten möglichen Ursachen verantwortlich ist? Dafür lässt Sebastian Philipp Jörg Weber nun mit allem untersuchen, was das Krankenhaus hergibt. Also es werden neue EKGs geschrieben. Der Blutdruck wird permanent kontrolliert. Seine Lunge wird untersucht und sein Blut immer wieder auf alle möglichen Verdächtigen hin überprüft. Also da wird zum Beispiel nach Spuren von überstandenen bakteriellen oder viralen Infekten geguckt, um zum Beispiel nach Myokarditis genauer auf die Spur zu kommen. Myokarditis, also eine Entzündung des Herzmuskels. Findet Sebastian Philipp den Indizien in diese Richtung? Nee, egal wie umfangreich seine Untersuchungen auch sind, er findet überhaupt nichts. Jörg Weber, der liegt unterdessen halt auf der Überwachungsstation. Das muss man sich so vorstellen wie eine Intensivstation. Also permanentes Blutdruckmonitoring. Er steht ständig unter Beobachtung. Es piept überall um ihn rum. Und im Hintergrund suchen die Ärzte halt die ganze Zeit nach der Ursache. Irgendwann wird Jörg Weber in dieser Zeit dann klar, dass es wohl doch noch ein längerer Weg sein wird, den er vor sich haben könnte. Ich lag da und fühlte mich total beschissen und sagte, was ist das? Ja, wissen Sie nicht. Wissen Sie nicht, das ist natürlich immer schwierig. Und nun, wenn die Untersuchungen alle so ins Leere führen, wie kann Sebastian Philipp dem Auslöser dann noch auf die Schliche kommen? Also er greift jetzt zu einer ganz alten ärztlichen Methode, kann man sagen. Und zwar setzt er anstatt auf Apparatediagnostik jetzt aufs Reden. Er setzt sich ans Bett zu Jörg Weber, zu dem Ehepaar und löchert vor allen Dingen Frau Julia mit Fragen. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Was für Fragen hat er da gestellt? Er will zum Beispiel wissen, ob irgendwas Auffälliges im Vorfeld passiert ist. Ob ihr Mann in letzter Zeit vielleicht anders war als sonst. So ganz typisch, richtig wie im Krimi sozusagen. Und? Julia Weber überlegt ein bisschen und naja, irgendwann fällt ihr auch was ein. Und zwar ist es so, wenn man es ganz genau nimmt, hat ihr Mann schon seit einiger Zeit mit Atemnot und Schwäche zu kämpfen. Außerdem hat er auch noch so einen mysteriösen Schweißdrang. Er schwitzt halt viel. Das war schon die letzten Jahre so. Vorangegangen war aber schon vor elf Jahren ein Motorradunfall, wo er eine Lungenembolie hatte. Und wir haben das auf die Lungenembolie geschoben, dieses massive Schwitzen, dass das immer noch Nachwirkungen davon waren, dass sich seine Lunge nicht erholt hat. Oh je, das klingt ja heftig. Lungenembolie, das bedeutet, ein Gerinnsel verstopft ein Blutgefäß in der Lunge. Korrekt. Und diese Embolie hat er als Komplikation nach dem Motorradunfall im Krankenhaus gekriegt. Also die Ärzte haben das da damals zwar wieder in den Griff gekriegt und es ist sofort behandelt worden, aber die beiden machen sich jetzt noch Sorgen. Können denn Jörg Webers neue Symptome noch eine sehr, sehr späte Nachwirkung dieser Geschichte sein? Nach, was sagte Julia Weber, elf Jahren? Mir kommt das ja doch eher unwahrscheinlich vor. Also im Fall von Jörg Weber ist es sogar so gut wie ausgeschlossen. Schließlich ist er ja von dem Kardiologen schon umfangreich untersucht worden, insbesondere auch seine Lunge. Die war sowohl im Lungenfunktionstest als auch beim Röntgen total in Ordnung. Aber der Kardiologe hatte, als er Julia Weber so zuhört, dann einen ganz anderen Verdacht, was hier los sein könnte. Und zwar sind die Beschwerden, von denen sie erzählt, also die Atemnot, das starke Schwitzen, die körperliche Schwäche, all das sind auch typische Symptome für eine Herzschwäche. Sebastian Philipp und sein Team haben jetzt also den Verdacht, dass diese Herzschwäche von Jörg Weber vielleicht schon geraume Zeit besteht und im Laufe der letzten Monate dann besonders schlimm geworden ist. Also sowas passiert meist, weil der Herzmuskel durch irgendwas unter Druck gesetzt wird und sich sein Gewebe dann irgendwie verändert. Der Fachbegriff für sowas ist eine Hypertrophie des Herzmuskels. Hypertrophie bedeutet ja, das Herz wird größer. Hätte Sebastian Philipp das nicht im Ultraschall bereits sehen müssen? Also soweit ich weiß, gibt es verschiedene Formen von dieser Hypertrophie. Es gibt welche, da sagt das Herz richtig deutlich aus und man kann das tatsächlich gut sehen. Aber es gibt auch Formen, wo sich das Herz mehr im Inneren, also das Gewebe des Herzes, umbaut und das im einfachen Ultraschall eher mal nicht sichtbar wird. Um so einer Hypertrophie des Herzens auf die Spur zu kommen, untersucht er Jörg Weber jetzt mit einer ganz speziellen Ultraschalluntersuchung und zwar mit einem Schluckecho. Damit kann er sich sowohl die Form als auch die Struktur des Herzmuskels genauer ansehen. Das Schluckecho, das ist diese Untersuchung, bei der die Patienten einen Schlauch über die Speiseröhre eingeführt bekommen, ähnlich wie bei einer Magenspiegelung. Nur dass hier am Ende des Schlauchs ein kleiner Ultraschallkopf sitzt. Die Speiseröhre liegt anatomisch ja direkt hinter dem Herzen und der Untersucher kann mit so einem Ultraschall über die Speiseröhre das Herz viel genauer darstellen, als wenn er das mit einem Ultraschall von außen untersuchen würde. Genau und das erlaubt ihm dann eben auch exaktere Aussagen über die Beschaffenheit des Herzmuskels. Was sehen die Ärzte da jetzt bei Jörg Weber? Sein Herzmuskel wirkt ein bisschen wie ein schlaffer Sack, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Also offenbar hat sich sein Herzmuskelgewebe tatsächlich schon über Jahre hinweg verändert, umgebaut und eben zu dieser Hypertrophie am Herzen geführt. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage, warum? Was hat sein Herz so unter Druck gesetzt? Das ist eine Frage, die ist wohl leider nur extrem schwer zu beantworten. Wir haben ja das Problem bei jeder Kalimopathie, die aus einer Hypertrophie entstanden ist, dass wir in 80 Prozent der Fälle gar keine Ursache finden. Ups, ja und jetzt? Sebastian Philipp kann Jörg Weber doch wahrscheinlich nur dann richtig gut helfen, wenn er weiß, warum sich sein Herz so verändert hat. Genau und deshalb muss er auch weitersuchen, auch wenn die Statistik ja eigentlich dagegen spricht. Also er beschließt, das Organ jetzt in den nächsten Tagen im MRT genauer durchleusten zu lassen. Vielleicht bekommt er da ja noch wertvolle Informationen, aber dazu kommt es erstmal nicht. Und zwar gibt es einen unerwarteten Zwischenfall auf der Station, zu dem Zeitpunkt, als Julia Weber ihren Mann morgens besuchen möchte. Da saß eine Ärztin an seinem Bett. Ja, ihr Mann hatte ein Ereignis. Ich sag, wie, mein Mann hatte ein Ereignis? Ja, der Bettnachbar hatte ihren Mann plötzlich schweißgebadet und nur so vage ansprechbar vorgefunden. Volker, da es ja beim letzten Mal kein Herzinfarkt war, wird es diesmal wohl auch keiner sein. Was aber dann? Die Ärztin erklärt Julia Weber, dass vermutlich ein epileptischer Anfall dahinter steckt. Und dass sie jetzt alles versuchen, um den zu beenden und Jörg Weber noch quasi zurückzuholen. Aber das klappt erstmal überhaupt nicht. Also der liegt weiter wie weggetreten in seinem Bett, als wenn er im Koma liegen würde. So hat Julia Weber das zumindest damals beschrieben. Schon schlimm. In dem Moment ist man dann nicht die Krankenschwester, sondern doch schon die Ehefrau, die sich große Sorgen um ihren Mann macht. Auch um meinen jungen Mann in so jungen Jahren, dann solche Diagnosen da im Raum zu haben, ist halt auch schon nicht so schön. Allerdings. Bei einem epileptischen Anfall, da kommt es im Gehirn ja zu so einer heftigen Überaktivität von Nervenzellen, die feuern sozusagen plötzlich gemeinsam aus allen Rohren. Ein einmaliger Anfall ist ja das eine, das kann zum Beispiel bei Kindern durchaus mal vorkommen. Einmal auftreten und dann nie wieder. Aber eine richtige Epilepsie, also eine dauerhafte Erkrankung des Gehirns, das ist schon eine heftige Diagnose. Und genau diese Sorge, die bringt Julia Weber, man kann sagen, schon ziemlich ans Limit ihrer Kräfte. Sie sitzt da und überlegt die ganze Zeit, die Gedanken rasen in ihrem Kopf. Also wenn es jetzt wirklich eine Epilepsie ist, dann müsste sie das doch eigentlich früher schon mal mitbekommen haben. Und irgendwann erinnert sie sich dann auch tatsächlich an diese merkwürdigen Aussätze, die ihr Mann ein paar Monate zuvor hatte. Also kurz vor Weihnachten war das. Damals ist Jörg Weber zwar nicht komplett weggetreten, so wie jetzt, aber er hat von eigenartigen Sehstörungen erzählt, über Kribbeln in den Fingern geklagt und solche Sachen. Also das war damals vielleicht auch schon so ein Anfall, den die beiden nur nicht ernst genommen haben. Überhaupt gar nicht an irgendwelche Krankheiten, die dann sofort sein könnten, wenn vorher nie was auffällig war. Drei Stunden bleibt Jörg Weber in dem apathischen Zustand und dann kommt er plötzlich wieder zu sich. Ich bin dann nach drei Stunden, als wenn man mit dem Finger geschnippt hätte, wieder aufgewacht und als wenn nichts gewesen wäre. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie Sebastian Philipp und sein Team damit umgehen. So ein epileptischer Anfall hat ja jetzt nichts mit Herzschwäche oder Hypertrophie zu tun, sondern spricht eher für eine Beteiligung von Gehirnen und Nerven. Ja, also sie sehen das tatsächlich erstmal als zwei unterschiedliche Paar Schuhe und schicken Jörg Weber direkt, als es ihm wieder besser geht, ins CT. Und zwar wollen sie da seinen Kopf genauer durchleuchten lassen. Dabei wird ja wahrscheinlich geschaut, ob es irgendwelche auffälligen Veränderungen im Gehirn gibt. Zum Beispiel strukturelle Veränderungen, die epileptische Anfälle auslösen können. Das kann, meine ich, sowas sein wie eine Hirnautentzündung oder auch mal ein Tumor. Aber was ist denn auf Jörg Webers Bildern zu sehen? Also es ist ein Ergebnis, mit dem die Ärzte gar nicht gerechnet haben. Und zwar war es kein epileptischer Anfall, kein Tumor, nichts dergleichen, sondern es war ein Schlaganfall. Und wahrscheinlich waren diese merkwürdigen Aussetzer kurz vor Weihnachten auch schon ein Schlaganfall. Die Bilder aus seinem Gehirn zeigen zumindest eindeutige Spuren von zwei unterschiedlichen Ereignissen. Und da konnten die genau sagen, ja, hier ist ein Teil vom Gehirn, das ist abgestorben. Da haben sie einen Schlaganfall gehabt und da noch ein Teil. Das ist so und so lange her und das ist so und so lange her. Ja, was ist das? Wieso hast du jetzt sowas auch? Warum? Wieso? Weshalb? Volker, was für ein erschreckender Befund. Ich sitze gerade hier und kriege richtig ein bisschen Gänsehaut und stelle mir dieselben Fragen wie Jörg Weber. Eine massive Herzschwäche und zwei Schlaganfälle innerhalb kürzester Zeit bei einem so jungen Mann. Da muss es doch eigentlich einen Zusammenhang geben. Genau. Sebastian Philipp und sein Team, die folgen derselben Spur. Also es ist so, dass eine Herzschwäche einen Schlaganfall begünstigen kann, aber es kann auch genauso gut umgekehrt sein. Deswegen hoffen die Ärzte jetzt, dass die in der MRT-Untersuchung des Herzens, die ja am Anfang schon angesetzt war, vielleicht ein bisschen mehr Klarheit bekommen. Warum? Was könnte sich dabei jetzt zeigen? Also damit lässt sich ja zumindest schon mal klar eine Herzschwäche diagnostizieren und die Untersuchung zeigt womöglich sogar, warum Jörg Weber diese Herzschwäche hat, also warum sich sein Herzmuskel so verändert hat. Und das Ergebnis nach der Untersuchung ist, die Bilder bestätigen tatsächlich die Herzschwäche eindeutig und sie zeigen auch tatsächlich, warum er das womöglich haben könnte. Und zwar hat sich das Gewebe von seinem Herzmuskel umgebaut in der Form, dass da so kleine Bällchen zu sehen sind. Man nennt die Trabekel. Trabekel kenne ich eigentlich nur aus den Knochen. Das sind dann so feine Knochenbällchen im Inneren der Röhrenknochen. Genau. Aber da sind die natürlich hart und geben dem Knochen Stabilität. Aber das ist im Herzmuskelgewebe genau umgekehrt. Da sind diese bällchenartigen Strukturen weich. Da hat sich das Gewebe so weit umgebaut, dass es einfach kraftlos ist und gar nicht mehr als Muskel funktioniert. Und eben diese Strukturen durchziehen weite Teile von Jörg Webers Herzmuskel. Total spannend. Davon habe ich echt noch nie gehört. Und bringt dieser Befund die Ärzte jetzt ein Stückchen weiter? Gibt es typische Krankheiten, die zu solchen Trabekeln führen? Ja, die Diagnose bringt die Ärzte tatsächlich weiter. Und zwar gibt es da vor allem eine Form der Herzschwäche, die durch solche Trabekel auffällt. Und das ist die sogenannte Non-Compaction Cardiomyopathie, heißt das. Sebastian Philipp kann uns vielleicht mal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Das bedeutet, dass das Herz im Prinzip sich nicht adäquat entspannen kann. Es ist eine Form der diastolischen Dysfunktion, also der Entspannungsstörung des Herzens, was aber dann auch dazu führt, dass das Herz nicht mehr gut pumpen kann. Hat er jetzt ziemlich fachlich ausgedrückt? Also ich erkläre mir das folgendermaßen. Beim Pumpen zieht sich der Herzmuskel ja zusammen und pumpt das Blut heraus. Anschließend muss er sich wieder entspannen, damit er frisches Blut ansaugen kann. Also während des Entspannungsprozesses saugt er ja wieder Blut an, um das dann wieder bei der nächsten Kontraktion in den Körper zu pumpen. Wenn jetzt aber diese Entspannungsphase nicht richtig funktioniert, dann kommt natürlich nicht genug frisches Blut in den Muskel und der kann in der Folge auch einfach nicht mehr so viel Blut in den Körper pumpen. Ja, also im Prinzip ist die Herzschwäche von Jörg Weber eher eine Entspannungsschwäche des Muskels. Das Pumpen selber, also das sich zusammenziehen, das kann der Muskel wahrscheinlich noch ganz gut. Wie passt diese Diagnose jetzt mit seinen anderen Symptomen zusammen? Diesen, ich sag mal, infarktähnlichen Ereignis und den Schlaganfällen? Also im Prinzip kann so eine Non-Compaction-Kardiomyopathie tatsächlich all seine Symptome erklären. Da ist die Herzschwäche, hatten wir schon drüber gesprochen, und diese Herzschwäche kann ja eben zu infarktähnlichen Symptomen führen. Und außerdem ist diese Non-Compaction-Kardiomyopathie auch noch bekannt für die Bildung von Tromben in den Blutgefäßen, also Blutgerinnseln. Okay, die sich dann im ungünstigsten Fall lösen können, über die Blutbahn im Gehirn landen und dort einen Schlaganfall verursachen. Volker, heißt das, wir haben den heutigen Fall schon gelöst, ich schaue hier gerade auf die Uhr, wäre ja fast Rekordzeit. Ja, das wäre Rekordzeit, stimmt, aber noch ist es nicht so weit, würde ich sagen. Wir wissen jetzt, Jörg Weber leidet vermutlich an so einer Non-Compaction-Kardiomyopathie, aber wir wissen immer noch nicht, warum er die hat. Also es gibt jetzt erstmal eine Verdachtsdiagnose, die im Raum steht, aber die müssen jetzt erstmal noch Spezialisten für solche Krankheiten bestätigen. Und da ist es so, hat Sebastian Vilek mir damals selbst erzählt, das ist ein Punkt, wo er im Krankenhaus von Stade an die Grenzen des Machbaren gekommen ist. Wir haben zwei Dinge in die Wege geleitet. Das eine ist, dass wir ihn ans UKE geschickt haben, in die Spezialsprechstunde für diese Erkrankung. Es gibt ja dort eine Spezialsprechstunde für Kardiomyopathien. Und wir haben ihn anschließend dann mit einer Live-Vest versorgt. Weil es ganz bestimmt nicht alle wissen, magst du nochmal kurz erklären, was eine Live-Vest ist? Ich glaube, ich spiele den Ball gleich an Jörg Weber weiter. Der hat mir das folgendermaßen erklärt. Das ist so ein Defibrillator, da wird permanentes EKG gemacht. Und wenn die das feststellt von wegen, dass irgendwie Herzrhythmusstörungen sind oder ich umkippe aus irgendwelchen Gründen, kriegst du automatisch dann Stromschläge, dass du dann automatisch wiederbelebt wirst oder das Herz resettet wird. Eine Weste mit eingebautem Defibrillator, die er Tag und Nacht tragen muss. Quasi Jörg Webers Lebensversicherung für den Notfall. Liegt seine Herzfunktion denn immer noch bei unter 30, also dramatisch schlecht? Ja, die liegt weiter unter 30. Er schwebt auch immer noch in Lebensgefahr. Also Sebastian Philipp hat ihm Medikamente zur Blutverdünnung gegeben, damit sich keine Trommeln bilden. Aber ansonsten hat er nichts verändert, weil er die Krankheit, ich nenne es mal, nicht weiter maskieren will. Also er möchte, dass die Kollegen im UKE auch tatsächlich dann das reine Krankheitsbild zu Gesicht bekommen. Und in diesem Zustand, also mit der Live-Weste, muss Jörg Weber jetzt zu Hause auf den Termin im Hamburger Uniklinikum warten. Und das dauert fast drei Monate. Einerseits ja total schön, dass er wieder nach Hause darf zu seiner Family. Seine Töchter haben ihn bestimmt ja auch schon vermisst. Andererseits können sich drei Monate auch sehr ziehen, wenn man die ganze Zeit mit der Angst leben muss, dass das Herz versagen könnte. Na klar, das kannst du wohl sagen. Also er hat mir das so beschrieben, er hat sich wirklich gefühlt wie auf einer tickenden Zeitbombe, ganz sprichwörtlich. Es kann ja tatsächlich jederzeit wieder eine neue Herzattacke auftreten. Es kann zum neuen Schlaganfall kommen. Und diese Live-West hat er ja auch noch nie in Aktionen erlebt. Also er weiß gar nicht, ob die ihn wirklich im Ernstfall retten wird. Naja, deswegen versucht er sich in den drei Monaten so gut es geht abzulenken. Ich habe mir da immer irgendwie was gesucht. Und wenn ich nichts gefunden habe, dann habe ich quasi einfach was auseinandergeschraubt, wieder zusammengebaut. Weil also ich bin durch und durch Mechaniker und musste mich einfach beschäftigen. Beschäftigung ist auf jeden Fall immer eine gute Strategie gegen Angst und Panik. Genau. Und diesmal kümmert er sich vor allen Dingen um sein Motorrad. Das ist eine Enduro aus den 80er Jahren. Die kann man sehr gut zerlegen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe selber ein Motorrad aus den 80er Jahren. Auch eine Enduro, also da hatten wir auch ein Gesprächsthema und so. Ja, er zerlegt das Ding in alle Einzelteile und schraubt es anschließend wieder zusammen. Einfach nur, um sich abzulenken. Und normalerweise ist es so, dass ihn das auch immer beruhigt, wenn er in seinem Schuppen ist und schraubt. Aber dieses Mal klappt es nicht. Auf jeden Fall hat seine Frau Julia, die ihn natürlich ständig besorgt beobachtet, den Eindruck, dass er sich mit der Zeit immer weiter zurückzieht und, naja, unausgeglichen und reizbar wird. Irgendwas nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, dass er dann sehr schnell laut und vorwurfsvoll häufig auch geworden ist mir gegenüber. Also ein für ihn total untypisches Verhalten. Du hattest Jörg zu Beginn ja als sehr ausgeglichen beschrieben. Genau. Das könnte ja ein Indiz dafür sein, wie sehr ihn der Krankenhausaufenthalt und auch die dramatische Diagnose psychisch belastet haben. So etwas geht ja an Keimen spurlos vorbei und kann ja durchaus auch mal zu so einer Art posttraumatischen Belastungsstörung führen. Oder aber diese Reizbarkeit ist ein neues Symptom. Also ich will nicht zu viel verraten. Und deshalb sage ich nur so viel, mit einer von deinen beiden Vermutungen triffst du voll ins Schweize. Als er dann nach den drei Monaten in der Kardiomyopathie-Sprechstunde des Hamburger Uniklinikums sitzt, geht es auf jeden Fall erstmal nicht um seine merkwürdigen Stimmungsschwankungen, sondern es geht natürlich um sein Herz. In der Sprechstunde kümmert sich ein erfahrener Spezialist um ihn und der heißt Hanno Grahn. Das ist ein Kardiologe und für den scheint Jörg Webers Fall erstmal mehr oder weniger Routine zu sein. Hanno Grahn. Ganz zu Beginn schien das kein besonderer Fall zu sein. Wir sehen sehr häufig Patientinnen und Patienten, die zu uns verwiesen werden, mit einer unklaren Erstdiagnose der Herzinsuffizienz. Jetzt sind ja schon drei Monate vergangen und um sich ein aktuelles Bild von den gefährlichen Trabekeln in Jörg Webers Herz zu machen, lässt Hanno Grahn ihn erstmal nochmal im MRT durchleuchten. Auf dem Bild haben wir gesehen, dass die Pumpfunktion eingeschränkt ist und dass diese bällchenartigen Veränderungen vorliegen. Die typisch sind für diese Non-Compaction-Kardiomyopathie, also überhaupt nichts Neues. Naja, also das ist nicht alles, was auf den Bildern zu sehen ist. Die zeigen nämlich auch rein zufällig noch was ganz anderes. Und Jörg Weber ist wirklich so ein kleines Überraschungsei. Also es ist wieder irgendwas völlig Unerwartetes, womit niemand gerechnet hat. Hanno Grahn kann sich noch gut daran erinnern. Zum anderen sehen wir häufig, dass auf Bildern des Herzens noch Teile des Bauchraumes angeschnitten werden. Und hier zeigte sich ein Befund, eine Raumforderung im Abdomen. Eine Raumforderung im Abdomen, also im Bauchbereich, das ist so ein Satz, den keiner gerne hören möchte. Genau so ist es. Die Raumforderung ist fast kugelförmig, misst fünf Zentimeter im Durchmesser. Also es ist schon ein ordentlicher Brocken. Und was das jetzt genau ist, kann Hanno Grahn so ohne weiteres gar nicht sagen. Raumforderung ist etwas, was normalerweise nicht da sein sollte und kann bösartiger Ursache sein, aber auch gutartiger Ursache. Damit stellen sich den Ärzten jetzt zwei neue Fragen. Was für eine Art Raumforderung, also Wucherung oder Tumor ist das? Und könnte die irgendwie auch mit Jörg Webers Herzschwäche und den anderen Beschwerden zusammenhängen? Auch eine Frage natürlich, die ich mir jetzt stelle. Also sagen wir mal so, auf den ersten Blick scheint das eine nicht unbedingt mit dem anderen zusammenzuhängen. Aber jetzt kommt der Radiologe der Uniklinik ins Spiel, der Mann, der die MRT-Untersuchung bei Jörg Weber durchgeführt hat. Das ist ein ganz erfahrener Spezialist und er hat schon so viele MRT-Bilder gesehen, dass er fast sicher ist, um was für eine Raumforderung beziehungsweise um was es sich hier genau bei dieser Raumforderung handelt. Und er ist ziemlich sicher, dass wahrscheinlich doch alles mit allem zusammenhängt. Wie ja so oft hier bei uns bei Abenteuer Diagnose. Könnte eigentlich auch unser neuer Slogan werden, Volker, oder? Alles hängt mit allem zusammen. Ja, unbedingt. Ich habe ehrlich gesagt auch schon so eine kleine Vermutung, was der Radiologe vermutet. Denn es gibt ja bestimmte Tumoren, die auch Stimmungsschwankungen und vor allem auch Reizbarkeit machen. Hatten wir zum Beispiel mal in unserer Podcast-Folge Nummer 10, der Choleriker. Könnt ihr ja gerne mal reinhören. So, jetzt aber zurück zu Jörg Weber. Klär uns doch mal auf. Also ich glaube, du bist da klar auf der richtigen Spur. Und zwar vermutet der Radiologe, dass es sich bei dieser Kugelwurrerung um einen ganz besonderen Tumor handelt. Hanogran hat das damals so aufgeklärt. Ein Katecholamin und damit hormonproduzierender Tumor. Solche hormonproduzierende Tumore bilden sich oft im Markt der Nebennierenrinde und produzieren da dann massenhaft Katecholamine, die sie dann ins Blut abgeben. Genau. Und das sind die Stresshormone des Körpers. Also Adrenalin gehört da zum Beispiel zu. Und das müssen wir glaube ich jetzt nicht lange erklären. Wer ständig exzessiv ganz viele Stresshormone im Blut hat, der geht natürlich auch bei Kleinigkeiten schnell mal an die Decke. So wie Jörg Weber in den letzten Monaten. Aber das hat ja nicht nur Folgen auf die Psyche, sondern auch auf den Körper. Diese Stresshormone wirken zum Beispiel auch aufs Herz. Und auf lange Sicht kann so ein erhöhter Stresshormonspiegel dem Herzmuskel halt richtig zusetzen und das Herzgewebe, naja, regelrecht überfordern. Und schließlich eben so eine Pumpschwäche wie die von Jörg Weber auslösen. Und selbst für das Gehirn kann so ein Tumor unter Umständen fatal sein. Dazu nochmal Hanogran. Man weiß, dass diese Art der Tumoren, wenn sie zur Herzschwäche führen, auch selten zu dem Auftreten von Herzinfarkten oder Schlaganfällen beziehungsweise Hirninfarkten führen können. Volker, das klingt doch jetzt aber alles super schlüssig. Also ganz ehrlich, jein. Es ist so, das ist eine schöne Theorie, die klingt auch gut. Allerdings gibt es da was, was die Ärzte irritiert. Und zwar ist es so, dass für einen Stresshormon produzierenden Tumor diese mysteriöse Raumforderung einer völlig falschen Stelle liegt. Die Tumore, die bilden sich nämlich normalerweise da, wo die Katecholamine auch hergestellt werden, eben an der Nebennierenrinde. Und bei Jörg Weber liegt der Tumor ja zentral in der Bauchhülle. Dann erzähl mal, wie lässt sich das jetzt auflösen? Wie lässt sich nachweisen, ob es trotzdem so ein Stresshormon produzierender Tumor sein kann? Hanno Grahn ist ja Kardiologe und der ist mit dieser Frage auch überfordert. Deswegen schickt der Jörg Weber weiter in die Endokrinologie des Uniklinikums. Und zwar zu der Hormonspezialistin Anne Lautenbach. Man bestimmt in so einem Fall üblicherweise Stresshormone im Blutplasma und in 24 Stunden Sammelurin, also Adrenalin, Nuradrenalin und deren Metabolite. Und man kann ergänzend dann auch noch eine etwas spezifischere bildgebende Untersuchung anschließen, um neuroendokrine Tumore nachzuweisen. Eine sogenannte MIBG-Sintigraphie, die wir dann auch bei Herrn Weber durchgeführt haben. Neuroendokrine Tumore, das sind hormonproduzierende Tumore. Genau. Und nach den ganzen Untersuchungen, die Anne Lautenbach durchgeführt hat, ist es dann tatsächlich raus. Also die Stresshormonspiegel in Jörg Webers Blut und im Urin sind extrem hoch und auch die Feinstruktur des Tumors passt perfekt zu dem Verdacht, den sie haben. Also es steht fest, es ist definitiv ein Stresshormonproduzierender Tumor, der allerdings nicht wie üblich an der Nebenniere wächst, sondern eben frei in der Bauchhülle liegt. Aber sowas kommt offenbar manchmal vor. Also üblicherweise sind diese Tumore im Nebennierenmark lokalisiert und werden dann als Feochromocytome bezeichnet. Sie können aber eben auch außerhalb des Nebennierenmarks lokalisiert sein und ihren Ursprung in sympathischem und parasympathischem Nervensystem haben. Ich glaube, das müssen wir nochmal kurz sezieren. Und was meint Anne Lautenbach, wenn sie sagt, dass diese Tumore ihren Ursprung im sympathischen und parasympathischen Nervensystem haben? Sympathisches und parasympathisches Nervensystem gehören zum vegetativen Nervensystem. Also das sind die Nervenfasern, die unsere unwillkürlichen Körperfunktionen regulieren. Zum Beispiel die Atmung, den Herzschlag, den Stoffwechsel und so weiter. Auf jeden Fall steht für die Hormonspezialisten die Diagnose jetzt hundertprozentig fest. In seltenen Fällen kann ein Katecholamin-produzierender Tumor am vegetativen Nervensystem entstehen. Und zwar an den großen Nervenknoten des sympathischen und parasympathischen Systems, den sogenannten Ganglien. Manchmal bildet sich so ein Tumor zum Beispiel am Nervenknoten im Mittelohr, an den Nervenknoten der inneren Organe, vor allem aber an der Harnblase oder auch am Bauchhöhlenganglion. Der in der Regel gutartige Tumor produziert massenhaft Stresshormone und gibt sie ins Blut ab. Im Nervensystem wird ein solcher Tumor als Paragangliom bezeichnet. Und damit haben wir unsere Diagnose. Wahnsinn. Und dieses Paragangliom steckt hinter Jörg Webers Herzschwäche, dem infarktähnlichen Ereignis und auch den Schlaganfällen. Genau. Und am Ende ist es durch einen reinen Zufall auf dem MRT-Bild entdeckt worden. Also das ist schon besonders, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Mich wundert ja fast, das muss er ja ein paar Jahre tatsächlich auch schon gehabt haben, dieses Stresshormon-Problem, dass er ja trotzdem sehr lange offenbar immer noch sehr ausgeglichen war, auch mit zwei kleinen Zwillingstöchtern. Ja, aber das ist, glaube ich, typbedingt. Was haben die Webers denn damals dazu gesagt, als sie von dieser sicherlich ja sehr überraschenden Diagnose erfahren haben? Ja, lassen wir uns von Jörg Weber, glaube ich, erzählen. Einerseits ist einem dann schon ein Stein vom Herzen gefallen, aber andererseits hat man dann so, oh scheiße, du hast Krebs. Mist, du bist 40. Ja. Volker, gerade haben wir ja gehört, dass das Paragangliom meistens gutartig ist. Ist das bei ihm anders? Also ich denke mal, das spricht vor allem die Angst aus ihm, denn ob es jetzt wirklich gutartig oder bösartig ist, das weiß man ja final immer erst nach der OP und der pathologischen Untersuchung von dem Gewebe. Aber es ist auf jeden Fall klar, der Tumor muss jetzt ganz schnell rausoperiert werden. Und er und seine Frau haben sich da natürlich große Sorgen gemacht, wie er mit seinem schwachen Herz so eine doch recht riskante Operation verkraften wird. Als OP-Schwester kann Julia Weber das ganz gut einschätzen. Ihre größte Sorge dabei? Während der OP der Tumor irgendwie verletzt wird und dass der dann mit mal ganz viel Adrenalin ausschüttet und dann sein Herz versagt unter der OP. Und du weißt, irgendwann gehen die Lichter aus. Mal sehen, ob sie wieder angehen. Oh je, eine Urangst, die jeder kennt, der schon einmal operiert wurde. Aber offenbar ist bei Jörg Weber ja zum Glück alles gut gegangen. Er hat das Glück auf seiner Seite. Also bei der OP gibt es keine Komplikationen. Der Chirurg kann den Tumor komplett entfernen und das ohne ihn zu beschädigen. Was für eine Geschichte, Volker. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, ob es nach der OP auch seinem Herz langsam besser ging. Der Tumor ist ja draußen und setzt jetzt das Herz und den ganzen Körper nicht weiter unter Stress. Kann sich das Organ erholen? Kann das regenerieren? Man kann sich das ja vorstellen. Das hat sich über längere Zeit umgebaut und dementsprechend dauert das auch lange, bis überhaupt eine Regeneration stattfindet. Bis Jörg Weber wieder nach Hause darf, dauert alleine das ein halbes Jahr, Reha inklusive. Naja, aber dann geht es für ihn Schritt für Schritt aufwärts. Er hat sofort gesagt, dass er sich deutlich besser fühlt und dass er sich sehr viel fitter fühlt als vor der OP. Sein Herz wird zwar nie wieder die alte Kraft erreichen, weil die strukturellen Veränderungen, also die Vergrößerung seines Organs, diese Trabekel da drin, das bildet sich einfach nicht komplett zurück. Deshalb haben die Ärzte ihm auch kurz nach der OP sicherheitshalber noch ein Defi implantiert. Ansonsten tritt er heutzutage deutlich kürzer als früher. Er hat diesen stressigen Job als Wartungstechniker gekündigt und arbeitet jetzt bei einem großen Obsthof in der Nähe von Stade auf 25 Prozent Basis. Dass ich jetzt ja weniger arbeite, mache ich zwar finanzielle Abstriche, aber das ist mir egal. Das ist mir total egal. Ich lebe, ich kann meine Kinder sehen, das ist wichtiger. Das erleben wir hier bei Abenteuer Diagnose ja ganz oft. So eine dramatische Krankheit stellt das Leben komplett auf den Kopf und oft destilliert das auch heraus, was einem im Leben eigentlich wichtig ist. Ganz toll und bewundernswert, dass die Familie diese schwere Zeit gemeinsam bewältigt hat. Dein Interview mit Jörg Weber und auch seiner Frau Julia ist ja schon einige Zeit her. Hattest du jetzt nochmal Kontakt mit dem Ehepaar? Ja, ich habe ihn kurz vor dem Podcast nochmal angerufen, einfach um zu hören, wie es ihm heute geht. Und naja, was soll ich sagen, also er hat da gerade die Scheibenwaschanlage von einem Kühl-Lkw, von einem Obstbetrieb repariert. Und meinte, im Moment sei er Spargel-Ernte, also Hochsaison in seinem Betrieb und mit 25 Prozent Arbeit käme er da im Moment nicht hin. Aber das wäre für ihn kein Problem. Ansonsten geht es mit der Kraft seines Herzens aber trotzdem weiterhin nur sehr langsam aufwärts. Er hat gesagt, er würde keine Freudensprünge machen, wäre aber froh, dass er alles so gut überstanden hat und im Großen und Ganzen will er der Alte ist. Dann drücken wir jetzt alle gemeinsam mal die Daumen, dass das Herz mit der Zeit noch etwas besser wird und wünschen Jörg Weber weiter viel Spaß beim Schrauben, an seinen Treckern und Motorrädern und was er noch alles im Schuppenstehen hat. Und natürlich mit seinen zwei Zwillingstöchtern. Langweilig wird ihm da bestimmt nicht so schnell. Nee, das glaube ich auch. Volker, danke für die spannende und vor allem ja diesmal wirklich extrem dramatische Geschichte. Bitte, bitte. Und jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Volker, achtest du darauf, dass dein Shampoo keine Silikone enthält? Das mache ich tatsächlich. Ich habe auch sogar meinen Friseur danach gefragt, was es damit auf sich hat. Allerdings habe ich von dem keine befriedigende Antwort gekriegt. Guck mal, ich mache das auch. Aber Silikon ist natürlich auch noch in ganz anderen Dingen drin. Und genau darum geht es in unserem heutigen Hörtipp. Ist es nicht komisch, dass wir zwar darauf achten, keine Silikone im Shampoo zu haben, im Gegenzug aber Silikon-Backformen verwenden, ohne das weiter zu hinterfragen? Besser Leben, der Nachhaltigkeits-Podcast von Bayern 1, hat sich genau dieser Thematik angenommen. Die Hosts Melitta Walam und Florian Kienast erläutern, ob Silikon-Backformen Mikroplastik verlieren und was man beim ersten Gebrauch beachten sollte. Hört doch mal rein. Besser Leben immer sonntags in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Und da findet ihr natürlich wie immer auch alle weiteren Links und Infos. Wenn euch noch was fehlt, dann schreibt uns gerne an abenteuer-diagnose-at-ndr.de. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder und sagen Tschüss und bis dann. Tschüss. ARD 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 Untertitelung des ZDF, 2020